Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulich im Garten.de slash blog. Nachdem der erste Versuch mit dieser Ameisensäurebehandlung bei den Bienen, zumindest an der Segelberger Beute, nicht ganz so hingehauen hat, wie er sollte. Ich probiere das jetzt nochmal neu. Ich habe die Flasche behandelt, ich habe das Weiße abgeschnitten da unten, diesen Rand von dem Deckel. Die Bienen haben sich wieder etwas beruhigt. Also das war ja eine einzige Traube davor, das war ja schrecklich. Also gucken wir uns heute mal an, dass ich da die Ameisensäure reinkriege und wir gucken mal, ob in der Bienenkiste die Ameisensäure auch verdunstet, so wie es eigentlich sein soll. Übrigens, ich habe mir andere Klamotten besorgt, weil diesen Hut, den ich da hatte, so auf Dauer war das nichts. Jetzt habe ich so einen ganzen Dress hier. Ich denke mal, wer mit so etwas anfängt, wer mit Bienen anfängt, der sollte vielleicht besser direkt so ein Ding besorgen. Dann kommt man nicht drum herum, da sind Taschen drin, da hat man die Sachen immer griffbereit. Ist also mit Sicherheit eine bessere Angelegenheit als dieser simple Hut. Der Hut ist prima, wenn man jemanden zugucken möchte, der kann die Hände in die Tasche stecken, dicken Pullover anziehen, da kommt er damit zurecht. Aber wer da wirklich länger mit arbeitet, mit den Bienen, wer da dran muss, wirklich dran muss, der sollte sich sowas hier direkt zulegen. So, ich mache den Smoker mal an und dann gucken wir mal da rein. Also, was ich verändert habe, wie gesagt, ich habe den Rand dort abgemacht. Wenn ich die jetzt da rein stelle, ist die bündig. Und ich habe von dem Tuch ein bisschen abgeschnitten, dass die Verdunstungsfläche nicht so groß ist. Mal sehen, ob wir damit zurechtkommen. Meine Güte. Guckt sich das eine an hier. Also man kann schön sehen, das steht jetzt auf. Dadurch kann das nicht mehr raus tropfen, die Ameisensäure, sondern sie hat eine direkte Verbindung zu dem Tuch. Das war der Fehler, die ist letztendlich da raus getropft. Nur ein kleiner Tipp zu der Ameisensäure. Da habe ich mir sagen lassen, man sollte die vorher kühlen, damit am Anfang nicht so ein riesen Schwall Ameisensäure da reinkommt. So, der Deckel ist gut drauf. Und dann einfach reinstellen. So, und jetzt habe ich die komplett da drauf. Jetzt kann man schön sehen, das gluckert nicht. Beim letzten Mal, da ist, klar, ein bisschen was muss rein, aber das gluckert nicht. Beim letzten Mal ist das richtig da reingelaufen. Gluck, 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 gluck. Und das war viel, viel zu viel. Jetzt hoffe ich mal, dass wir damit zurechtkommen. Ich tue mal den Deckel drauf und gucke dann gleich nochmal nach, ob da wieder so viel raus ist, wollen wir nicht hoffen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, da ist was verdunstet, keine Frage. Boah, und jetzt stinkt auch eine Ameisensäure, ganz mächtig. Die Verdunstungsrate, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte so um die 20 bis 35 Milliliter am Tag sein. Ob das nun der Fall ist, sei dahingestellt. Ja, boah, mal riecht das ganz mächtig. Aber es ist was verdunstet. Also das System mit diesem Nassneider verdunstet, das scheint mir gar nicht so schlecht zu sein. Macht einen wesentlich besseren Eindruck, als diese Flasche. In der anderen Maschine, in der anderen Kiste. Bei der Bienenkiste ließ sich auch gar nicht feststellen, dass die Bienen nennenswerter darunter zu leiden hatten. Da hat keine einzige Traube davor gesessen. Das war eigentlich alles relativ friedlich. Das hat niemanden da drin sonderlich gestört. Und da kommen auch noch keine raus, also sieht es im Moment noch ganz gut aus. Weil man sieht die vielen toten Bienen hier rumliegen. Ich hoffe nur, dass ich mit dieser Behandlung die Königin nicht beschädigt habe oder getötet habe. Aber der Imkerfreund, der meinte, ich soll mir ja keine großen Gedanken drum machen. Das war kurzzeitig zwar enorm viel, es hat auch ein paar hundert das Leben gekostet. Aber für das Volk, wir haben unten die Schublade, wer ist das, Windel, haben wir rausgenommen. Da kam schnell Luft rein, wir haben oben eine Zeit lang aufgelassen. Also die Ameisensäure war relativ schnell wieder weg. Nur die haben eben eine Zeit lang gebraucht, um sich wieder rein zu verziehen. Apropos Windel fällt mir gerade ein, die müssen wir noch wieder drunter schieben. Damit die Ameisensäure da drin gut zirkulieren kann. Damit die nicht unten wieder rausgeblasen wird. Die schieben wir einfach da rein. Und da hat die ja offensichtlich in der Bienenkiste nicht stört, dass die nur so einen kleinen Eingang haben. Da kommen immer noch welche mit Pollen. Lass ich die auch mal zu. Bei der großen Kiste hat er ja gesagt, ich soll die aufmachen. Da sind die Meinungen scheinbar unterschiedlich. Der nette Herr im Bienenland, der mir das Startpaket verkauft hat, der meinte, ich könnte die ruhig verschlossen halten. Das kleine Loch würde ausreichen. So, nicht an meiner Hand. Würde ausreichen. Müssen wir mal sehen. Also ich hoffe, dass ich damit jetzt besser bedient bin als die Variante vorher. Müssen wir mal sehen. Ich gehe jetzt noch mal gucken. Aber das sieht schon wesentlich besser aus. Da gluckert nichts. Das läuft nicht raus. Das dürfte jetzt ganz schön langsam da verdunsten, so wie das soll. Also ich denke mal, die zweite Behandlung dürfte hier die bessere gewesen sein. Kein Mensch kann alles von Anfang an können. Gut, wer mehr wissen will über Bienen, über Enten, Hühner, Nutzzelbstversorgergarten, Kaninchen und allen möglichen anderen Kramen. Neulich im Garten.de slash Blog oder YouTube-Kanal RRHase. Bis dann. Tschüss.